Und halb neunzen zu den dieswöchigen VfB-News, mal in der fußballfreien Phase quasi. Pokal ist ja aber VfB-Bundesliga-freien Phase. Erster Tweet, wir sollten den Fußballgott und der Mannschaft und Materazio und Missentat und Hitzesberger eigentlich jeden Abend dafür danken, dass der VfB damit nichts zu tun hat. Das war noch ein Bild, das war wahrscheinlich noch vor dem Leipzig-Spiel, glaube ich, eben vom Abstiegskampf da mit Mainz, Augsburg, Bremen, Bielefeld, Köln, Hertha, wo einige auferstehen gerade mit Köln und Mainz vor allem, wo Bremen immer tiefer reinrückt, auch im Trainer festhält mit Kohfeldt, kann man seine Meinung zu haben. Und wo halt natürlich auch Hertha noch sein Nachholprogramm hat, was glaube ich dann ab nächsten Mittwoch beginnt, wo sie auch für jede drei Tage kicken und halt alles in der Hand haben mit den Gegnern, die Berlin da hat. Deswegen können wir uns sehr, sehr froh sein, dass wir nicht in diesem wilden Abstiegskampf drin sind und auch nie drin waren. Und dann hier erstmal nach dem Leipzig-Spiel, das merkt man schon gerade bei einer jungen Mannschaft, Kempf hier aus dem Kicker zitiert, dann sind da vier, fünf Spieler, die in der ersten Elf spielen könnten. Über die verletzten Ebene hat da ein bisschen was dazu gesagt zum Spiel. Ja, wie gesagt, hat er ja recht. Auch von der optimalen Flanke vom 1-0 gesprochen, übermotiviertes Foul vom 2-0. Passiert, passiert. Schreibt der Kicker hier VfB-Erinnerungen an Weinzierl, einfach weil man halt da auch öfter mal am Stück verloren hat. Aber gut, die Vergleiche sind natürlich wild. Herr Hitzesberger, auch im Kicker-Interview. Hier nun ein Zitat raus. Grundsätzlich ist niemand unverkäuflich. Wir können es uns nicht leisten, Angebote von Top-Klubs einfach abzulehnen. Wenn es so kommt, müssen wir sprechen. Es ist eine Auszeichnung für uns, dass wir Spieler gefunden haben, die sich so entwickelt haben. Das hilft uns, wieder neue Talente zu finden. Und wir haben unserer sportlichen Leitung gesagt, wir wollen nicht nur davon reden, mutig zu sein. Wir müssen tun, wovon wir sprechen. Wohlwissen, dass es nicht immer Applaus geben wird. Wir gehen diesen radikalen Weg, setzen stark auf Nachwuchsspieler, die sich entwickeln wollen und können und schaffen so Werte. Kann man, glaube ich, zustimmen. Auch, dass der Sommer gespickt sein wird mit vielen Körüchten. Darauf können wir uns auch einstellen. Mal gucken, mal gucken. Dann hier, einfach weil es auch so unsagbar typisch ist. Ich habe es prognostiziert, es ist passiert. Markus Weinzierl ist neuer Augsburg-Trainer. Herrlich wurde entlassen nach dem Spiel gegen Köln, was sie verloren haben. Vor allem mit einer desaströsen ersten Halbzeit, wo sie 0-3 hinten lagen, glaube ich. Und jetzt kommt Weinzierl zurück zu Augsburg. Natürlich. Und der Tweet hier passt perfekt. Natürlich erstes Spiel dann auswärts bei uns. Darum geht es ja. Nächste Woche Freitag in einer Woche. Ich bitte um eine 6-0 als Begrüßung für Markus Weinzierl in Stuttgart am nächsten Spieltag. Auf jeden Fall ein Sieg, egal wie. Ich habe es im Nachhineinbericht auch schon gesagt. Also vom Leipzig-Spiel, das ist wirklich, das ist einfach gefühlt eine persönliche Geschichte. Das ist schon wahrscheinlich einer der schlechtesten VfB-Trainer aller Zeiten. Oder auf jeden Fall einer der schlechtesten Phasen des VfB aller Zeiten. Und halt mit ihm als Trainer. Wie gesagt, ihr kennt den Vlog wahrscheinlich. Ich war auswärts mit Kollegen in Augsburg. Ich will immer noch Schadensersatz haben. Werde ich wahrscheinlich nie bekommen. Aber ja, das ist gefühlt eine persönliche Nummer. Deswegen bitte schlagt mir Augsburg nächste Woche. Auch natürlich dadurch, dass du jetzt erstmal vier Spieler am Stück verloren hast, wäre natürlich da ein Sieg wieder schön und natürlich auch absolut machbar zu aussehen in Augsburg. Und dann hier auch interessant. Kempf, Graal, Didavi, Castro, Tommy, Sosa und Nico sind die einzigen Spieler im Kader, die unter Weinzieher schon hier waren. So, zweiter VfB-Investor. Hitzesberger arbeiten mit Hochdruck daran. Hier von OneFootball. Die haben immer so ellenlange Links. Ey, das ist so nervig. Aber es sollte von der Menge wieder gut in die Videobeschreibung reinpassen. Trotzdem verstehen die, warum da die Links immer so dermaßen viel länger sind, als auf anderen Webseiten. Das ist genau das Gleiche wie mit Schuttgart-Nachrichten. Die sind die Links auch immer so dermaßen lang. Ja, zweiter Investor ist ja auch ein Thema, was seit 100 Jahren hier rumfährt. Und bisher kam nichts. Ja, mal gucken, ob da was kommt, was da kommt. Vor allem immer dieses Ding, wenn wir regional und hier und da. Ja, schauen wir mal, was da ist, weil dann wer da kommt. Schönes Ding. VfB und Jordan Meyer haben den Vertrag des 19-jährigen Mittelfeldspielers von unseren jungen Wilden vorzeitig bis zum Sommer 2025 verlängert und hinterher noch und noch ein junger Wilder verlängert vorzeitig. U21-Torhörter Sebastian Hornung hat einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschrieben und soll weiter an die Profimannschaft herangeführt werden. Sehr schönes Ding. Dann hier, wir haben Ahamada für zwei Spiele weg. Zwei Spiele Sperre für Nairo Ahamada nach seinem Foul. Geht in Ordnung. Kann man so nehmen, die Zwei-Spiele-Sperre. Hier auch ganz schön Kicker-TV-Trainerstimme. Tuchel war vor dem Chelsea-Champions-Spiel über VfB-Akademie. Jeder Tag war ein Geschenk. War ja auch bei uns in der Jugend tätig. Deswegen schön, wenn man da so viel Lob kommt, auch von wirklich so einem guten Trainer. Zeigt, dass wir schon über Jahre oder auch in Vergangenheit und auch scheinbar gerade aktuell da wieder vor allem in der Jugendarbeit sehr viel gute Leistung bringen, sehr viel Kompetenz am Start haben. Und dann hier, Informationen zur Dauerkarte. Kam ja auch per Mail an die Leute, die es halt betrifft, an die Mitglieder. Ja, machen es wieder so, wie es letzte Saison war. Gibt es erstmal keinen Dauerkartenvorverkauf oder sowas. Heimspiele, wenn es wieder mit reduzierter Zuschauerkapazität wieder stattfindet oder halt wieder Zuschauer rein dürfen. Irgendwie, was hat man da gegen Freiburg genommen? Das waren 8000, glaube ich. In Gliederkursen irgendwie 9,5 oder so, wo ich da im Stadion war, die beiden Male. Dann haben wir die Dauerkartenbesitzer ein Vorkaufsrecht. So, man behält seine Dauerkarte quasi oder man behält seine Reservierungsgarantie auf seinen Stammplatz quasi von der Dauerkarte, wenn wieder Dauerkartenverkauf ist, von dem her, faire Lösung, passt. Mutschler verlässt den VfB. Er ist einer der Letzten, dessen Name mit dem Datenskandal und den Querelen rund um die Ausführung 2017 bei VfB Schubert in Verbindung gebracht wird. Jetzt haben sich der Radiationsklub und Rainer Mutschler auf ein Ende der Zusammenarbeit geeinigt. Ja, zum 31. Mai hört Mutschler bei uns auf. Angestellt war er in der, ja, Nachwuchsleistungszentrum. Auch erledigt. Wollten ja auch viele Fans weghaben den Namen Mutschler. Jetzt haben wir es soweit. Dann hier, hier reiht sich Mohamed Sanko in die Altersliste ein. Wir klicken mal hier die wunderschöne, wo ist er denn? Wir klicken mal geschwind durch. Sanko, da haben wir ihn. Mit Namen wie Aydonis. Natürlich auch Eglow mit 17 Jahren. Timo Werner. Und ja, der war der Jüngste. Timo Werner mit 17 Jahren, 5 Monaten und 11 Tagen. Und auf was kommt Sanko? Sanko kommt auf 17 Jahre, 6 Monate und 9 Tage. Ja, enges Ding, enges Ding. Aber wir haben immer noch die Nummer 1, was das angeht an Jugendspielern vom Alter her. So, konkretes Angebot. VfB will Klarheit bei Kempf. Missentat sagt in den Schuka Nachrichten, wir wollen gerne mit Marc Kempf verlängern und haben ihm nach guten Gesprächen jetzt schriftlich ein konkretes Angebot vorgelegt. Wir wünschen uns, dass es Zeit nach zu einer Entscheidung kommt, damit beide Seiten Planungssicherheit haben. Klingt ja zumindest schon recht optimistisch, wenn du ein Angebot vorlegst. Gute Gespräche hier und da. Kann mir sehr gut vorstellen, dass der Kollege verlängert. So, wer wird neuer RB Leipzig-Coach? Wo sich die Frage gestellt, nachdem Nagelsmann den Mega-Deal zu den Bayern macht mit irgendwie 20 Millionen Ablöse oder wie auch immer. Und dann gab es halt, ne? Ein Dreier-Rennen scheinbar. Klaasner, Matarazzo war natürlich auch dabei und Jesse March. March? March? Wir haben das Glück, oder so war es ja fast zu erwarten. Ich meine, der Kollege kommt von Salzburg. Es ist der normale Weg der Natur, dass der dann zu Leipzig geht. Deswegen, Erwurz, Jesse March, Matarazzo bleibt weiterhin bei uns. Auch hier schön, nämlich der VfB fliert viermal in Folge und unsere größte Sorge ist es, dass man uns den Torwart oder den Trainer wegkauft. Auch wunderschön. Passt genau so. Jetzt sind wir nämlich gerade bei News. Gregor Kobel, ja, natürlich kommen die Gerichte jetzt noch mal Doppel- und Dreifach hoch nach der Leistung gegen Leipzig. Beim BVB scheinbar hoch im Kurs. Alternativen, Castells oder Gulaschi, 16 bis 18 Millionen sind scheinbar aufgerufen als Forderung. Wäre natürlich schon, ja, keine Ahnung, vielleicht kann man auch ein bisschen mehr verlangen, aber wenn man halt dann in den Kontext setzt, dass du den für vier Millionen geholt hast, natürlich auch stark. Mal gucken, was Kobel macht. Mal gucken, oder was Dortmund macht. Sollen sie doch Gulaschi holen? Keine Ahnung. Er würde jetzt ins Profil passen von Dortmund, weil der nächste Schweizer Keeper. Ich habe immer noch die leise Hoffnung, dass Kobel bleibt mit einer ähnlichen Begründung wie ein Karlajcic oder so weiter bleiben könnte. Im Sommer einfach nochmal ein Jahr gucken, ob es weiterhin so krass gut läuft. Diese zweite Saison am Aufstieg wird deutlich schwieriger, glaube ich, als die, die wir jetzt hatten. Ja, keine Ahnung. Ich habe es irgendwie nicht im Gefühl, dass Kobel geht. Und wenn die ganzen Spieler im Sommer Angebote bekommen und wie gesagt, diese Top-16-Klubs Europas und da halt auch die gewisse Summe kommt, dann kannst du da natürlich als Aufsteiger und während Corona natürlich auch nicht über ein Nein sagen. Das ist halt dieses Ding von Keiner ist unverkäuflich, was ja 100% stimmt. Aber meine Prognose bleibt weiter und ich mache es einfach mal eben kurz. González wirst du im Sommer abgeben an den Leuten, die dick Kohle bringen können. Dann gibst du den González ab für 30, 35, 25 Millionen, irgendwie sowas. Dann hast du noch eine Gefahr bei einem Mangala, je nachdem, ob er die EM mit Belgien spielt und wie er sie spielt dann. Und sonst sehe ich da keine krasse Gefahr bei Sosa, Kobel, Karlajcic und Co. Sehe ich nicht die heftigste Gefahr. Ich denke, irgendeinen dicken werden wir auch schon abgeben, der uns irgendwie 30 Millionen einbringt oder so. Mein Tipp ist ja wie gesagt González und sonst werden es wahrscheinlich kleinere Transfers werden, zu denen wir jetzt auch gleich noch kommen. Ich sehe einen Artikel hier oben schon in der Pipeline quasi. Und hier, ich glaube nicht, dass Kobel im Sommer wechseln wird. Er hat sich letztes Jahr klar zu uns bekannt und sein Torwarttrainer kommt. Auch ein Argument, was ich so gar nicht im Kopf hatte, aber stimmt, hat man ja erst im Podcast, dass er ein Kollege aus Hoffenheim kommt, glaube ich. Wenn doch, ist es natürlich sehr schade, aber es wird viel Geld geben müssen und hat einen angemessenen Ersatz finden. Und da eben hier dann Medien, Klement und Tommi vorab gegangen, solche Geschichten. Tommi wird bestimmt auch ein bisschen Kohle einbringen, aber zum Beispiel ein Klement, der wird bei uns halt wirklich gefühlt keinen Fuß mehr fassen. So kleinere Abgänge, Badstuber und Kaminski sind ja auch schon weg im Sommer. Castro auch, wo halt einfach nicht verlängert wird. Genau, könnt ihr gerne mal sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was im Sommer passiert. Weil du wirst so gefühlt, wirklich gefühlt zu jedem Spieler wirst du Gerüchte haben, der diese Saison irgendwie mal dreimal gegen den Ball gekickt hat beim VfB. Einfach wegen der Saison wirst du zu jedem Spieler gefühlten Gerücht haben im Sommer. Deswegen gerne mal eure Prognose reinhauen. Sehr interessant, nachdem es in der Folge von STR-Podcast, ja, vom Gefühl her hat eine Anfälligkeit nach der Halbzeit gesprochen wurde, hat hier ein Kollege auf Twitter alle Gegentore mal geschaut, nach Zeitpunkt. Erste bis 15. Minute waren es 6 Tore, 16. bis zur 30. Minute waren es 11, von da ab bis zur Halbzeitpause, also 30. bis 45. Minute waren es 10 Tore, direkt nach der Halbzeit, 46. bis 60. Minute waren es auch wieder 10, 61. bis 75. waren es 9 Tore und kurz vor Schluss quasi, 75. bis 90. waren es 7 Tore. Also der VfB ist schon rund um die Halbzeiten ticken anfälliger als ganz am Anfang und ganz am Ende. Aber so krass viel schenkt sich das tatsächlich nicht. So, auch hier, bin ich ehrlich, da kann ich keine krasse Fachmeinung einbringen, aber ich nenne es euch natürlich, weil es eine News ist. Mit Nate Weiss kommt ein erfahrener Trainer ins Nachflugsleistungszentrum, der sich auf die Individualisierung und das Techniktraining spezialisiert hat. Kommt der Kollege, Amerikaner, hier, Sosa macht Hoffnung, Gonzalez und Mangala müssen warten. So wird es dann wahrscheinlich auch gegen Augsburg aussehen. Also ich glaube, wir werden wieder auf Sosa bauen können auf links. Da freut sich Kalajic und da freut sich, glaube ich, auch jeder VfB-Fan. Wie gesagt, ich will dem Jungen gar nichts Böses, aber ich würde mich schon sehr freuen, wenn dann Sosa über links startet und Koulibaly nicht. Den Rest kann sie so gefühlt stehen bleiben lassen von der letzten Aufstellung. Müssen wir mal gucken für den Vorbericht nächste Woche. Und dann Mangala, Gonzalez musst du gucken, ob die Kollegen vielleicht noch einen Einsatz bekommen, zwei Einsätze bekommen mit Gladbach und Bielefeld. Schauen wir einfach mal. Und hier, Weinzierl Startbilanz. Weil das ist das einzige Gute, dass bei Weinzierl im Normalfall eben nicht dieser Kack, neuer Trainereffekt, normalerweise nicht direkt zieht. Bei Herr Weinzierl. Bei Augsburg hat angefangen mit sechs sieglosen Spielen in Folge und zwei zu zehn Toren. Bei Schalke mit fünf Niederlagen und zwei zu zehn Toren und bei uns hat er angefangen mit drei Niederlagen und null zu elf Toren. Das war Dortmund zu Hause mit null zu vier. Das war Hoffenheim auswärts mit null zu vier und das war Frankfurt zu Hause mit null zu drei. Und danach müssten wir, glaube ich, gegen Nürnberg gewonnen haben auswärts. Meine ich. Ich glaube, so war es. Deswegen, rein von dem. Es wäre natürlich typisch. Neuer Trainereffekt und Weinzierl besiegt uns mit Augsburg nächste Woche. Das wäre das Typischste in der Fußballwelt. Aber es würde nicht in die Weinzierl-Bilanz bisher reinpassen. Und natürlich wäre es das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Also, ach, Digga, bitte bis Sieg Augsburg nächste Woche. So, heute vor vier Jahren, das war jetzt von gestern der Tweet, habe ich auch in meinen Community-Tab reingepackt, das Video von damals. 3 zu 2, Schwabische, Schwabische, Schwäbische Invasion in Nürnberg. Dramatischer 3 zu 2 in letzter Sekunde nach 2-0 Rückstand. Meilenstein zum Aufstieg. Das war gefühlt der Aufstieg. Der mentale auf jeden Fall. Tore, Teror, der Gincheck, das war der Doppelpack, direkt nach der Halbzeit dann 2 zu 2 Ausgleich. Und dann Klein, 90. Unfassbar geil. Was ein Spiel, was ein Tag. 100%ige Zustimmung hier beim Twitter-User. Zum 1.7. wird Amdom Gebru, neuer Scouting-Leiter im NLZ, bringt Erfahrung, frischen Wind und innovative Ideen aus der Premier League mit. Wir freuen uns, dass er sich für den VfB und unseren Weg entschieden hat, sagt Thomas Krücken, Direktor des Nachwuchsleistungszentrum. Der Kollege kommt von Wolverhampton Wanderers. Habe ich auch wieder wenig Ahnung von, aber scheint auch eine Top-Personalie zu sein. Wir stellen uns da wirklich extrem stark auf. Wird von vielen Leuten, die da ein bisschen mehr Ahnung haben von mir als ich. Ja, extrem gelobt, was da im Nachwuchsleistungszentrum vor allem läuft. Und dann hier gab es ein Gerücht um ein 80-jähriges Innenverteidigertalent von Paris Saint-Germain, der im Sommer seinen Weg nach Deutschland sucht. Gab es schon die ersten Tweets halt mit diesem Misslind-Tat-Ding und wie quasi so Feuer aus seinen Augen kommt. Richtig geil. Wird halt passen, aber scheinbar geht der Kollege nicht zu uns und zu Hoffenheim, aber offiziell ist da glaube ich noch nichts. Hier, Schogart, Mack und Aydone sind Leihkandidaten. Ja, macht auch Sinn. Mal gucken, wo man sie hinverleihen kann. Wäre natürlich auch Zweite Liga vielleicht. Irgendwo, wo sie wirklich Luft schnappen können. Ähnlich wie wir es mit einem Nartei gemacht haben. Kannst die auch gerne nach Sandhausen oder sowas schicken oder auch Rostock. Die sind ja vielleicht auch am aufsteigen, wo jetzt Nartei auch war, um einfach die beiden Klubs von IMA zu nennen. Wäre natürlich wichtig, dass sie mehr Spielpraxis bekommen, weil ein Aydones hatte schon sein Bundesliga-Debüt. Ich glaube, Mack auch. Aber bei den beiden heißt es irgendwie seit ein, zwei Jahren, ja schon fast zwei Jahren, dass die immer am Kommen sind und unsere Talente in der Innenverteidigung. Jawohl, haben wir geile Jungs da. Aber die spielen halt nicht. Die rücken auch nicht nach oder so. Deswegen mal gucken, sind sie nicht gut genug, böse gesagt, oder woran liegt das? Deswegen sehr gerne den Kollegen da mal ein bisschen Spielpraxis geben. Und dann hier, vorletztes Ding, Borna Sosa trifft dem Dritt, dem Team Elefant-Schockert von WWF Deutschland und der Schocker Wilhelma bei das tausendste Mitglied, ist er jetzt geworden. Und ja, Gruppe setzt sich für den Erhalt der bedrohten Dickhäuter im Zoo und in der Natur ein. Finde ich schon irgendwie putzig. Sosa auf dem Bild neben dem Elefant. Schon eine geile Aktion. Cooles Ding. Ich habe es auch irgendwo gelesen, hier ist es nicht drunter, habe ich es irgendwo gelesen, wann Kalejcic dem Team Giraffe Stuttgart beitritt, wenn es sowas gibt. Und da Wilhelma würde er passen mit seinen zwei Metern. Aber schöne Aktion, dass sich der VfB und auch die Spieler sehr sympathisch auch bei anderen Geschichten einbinden. Und dann hier setze ich auch mal ganz nach oben den Link in meine Quellen rein. Natürlich wieder alles verlinkt. Wir haben jetzt hier den Stand von heute im Freitagmittag 14 Uhr rum, so grob. Wählt gerne das Team of the Season von der Bundesliga in FIFA 21. Haben wir auch schon gemacht im Stream, könnt ihr gucken. Im Gaming-Stream haben wir natürlich alle vier VfBler reingewählt, weil da kann ich schon mal spoilern zur Auswahl. Man kann Sosa reinwählen, man kann Endo reinwählen und man kann auch Kalajcic und Silas reinwählen. Also da gerne die ganzen VfBler reinwählen, um das so ein bisschen zu pushen. Ich habe tatsächlich Hoffnung bei Silas, auch weil er so generell in der FIFA-Szene ein bisschen im Hype ist. Sosa ist auch eine Möglichkeit, Gefahr ist halt da, dass du da zum Beispiel einen Davies zur Auswahl hast, noch als quasi Gegner. Für FIFA-Karte bestimmt Davies auch geil, er hätte es halt null verdient, aber viele wählen da einfach nur aus FIFA-Sicht. Endo, ja, schwierig glaube ich eher nicht und Kalajcic wird sich auch nicht durchsetzen, vermutlich gegen Haaland und Lewandowski und Silva und Weghorst, wie sie alle heißen, aber ich glaube, Silas ist schon fast ein recht sicheres Ding. Dann die Chance ist bei Sosa noch recht hoch, Endo Kalajcic, wie gesagt, ein bisschen schwieriger, aber gerne, gerne voten. Wie gesagt, Link ganz oben, wurde da mal rein in das Ding und dann würde ich sagen, war es das von diesem Podcast, wir sehen uns morgen in dem Video und am Sonntag, ja, Endspurt der Premier League Team of the Season Weekend League Stream, ja, wird ein lustiges Ding, glaube ich. Mal gucken, wir schwitzen auf Silber 1 oder Gold 3, geht nur um die Quali-Punkte, mehr nicht, dafür bin ich einfach zu wack und auch mein Team zu wack in diesem FIFA 21. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören